hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von minecraft wir haben uns mittlerweile ein schild hier mal eben gebastelt und ich würde ganz gern mal hier in die in den dungeon gehen und deswegen buddeln wir uns jetzt hier mal runter und gucken mal was da unten so alles los ist ich trau den braten noch nicht so ganz aber schauen wir mal was hier so alles auf uns erwartet eigentlich nix ja hier ist nix das ist alles schön tief aber ja das war dann auch also mehr ist hier drunter leider nicht schon mal hier oben also hier gibt es nicht wirklich irgendwas das heißt wir müssen uns glaube ich was anders zum buddeln suchen auf so müssen wir mal schauen wo gehen wir denn hier haben wir auch schon gemacht aber auch nix rein theoretisch müssten wir das jemand zu machen damit wir nicht reinfallen habe ich aber im moment überhaupt keine lust zu so wir haben aber hier schon mal unser unser gärtchen ist ja schön aufgeblüht so jetzt immer mal gucken dass wir mal so ein bisschen was machen ich glaube dass wir mal in diese richtung jetzt zappeln wir haben auf jeden fall auch genügend fackeln so dass wir definitiv auch mal ja weiter buddeln also ich würde ganz gerne mal gucken ob wir vielleicht doch dann irgendwo diamanten finden was ich natürlich sehr schwierig gestaltet aber wer weiß wir machen das nach ihm hier weg das nervt sowieso wenn da muss ich auch alles anständig aussehen das machen wir das nach ihm weg zack 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 was eben ist glaube ich das geht ja eigentlich razzl fatzl futzl zack 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 so dann haben wir das schon mal so weit dann haben wir das schön mal schön vielleicht gehen wir dann hier direkt mal runter in den boden aber irgendwie müssen wir in die tiefe kommen damit wir mal gucken können aber hier irgendwo bomben diamanten die hätte ich ganz gern das wäre echt eine geile kiste wenn man die ersten diamanten finden könnten alter schwere ist das hier viel was haben wir gleich zum fliegenden baum wahrscheinlich herum so denn der ist doch noch blüchel 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 wir hatten ja auch eine axt so naja das war natürlich wieder klar wir haben es jetzt soweit hier weg gemacht und nix jetzt kann man aber dran oder da ist immer noch ein ding kommen jetzt 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 müssen wir dran kommt jetzt passt jetzt haben wir das dunkel oh mein gott da ist ein monster aber nicht mehr lange komm schon komm schon cool hier aber voll ein vor den popo gekriegt das fand ich jetzt nicht so lustig okay jetzt gehen wir erstmal runde pufen und dann ist es wieder hell und dann können wir auf jeden fall mal gucken dass wir uns ein bisschen ein buddeln hahaha so erst mal runter knacken und jetzt gut gestärkt sieht gut aus so dann gucken wir jetzt mal hierzu kommt schon wieder so ein kack stiefel ist jetzt egal so hat uns doch dann angegriffen so da kommt ein hundi so dann würde ich sagen wir sind soweit wir haben hier hinten schon mal im berg gebuddelt vielleicht machen wir das ja noch das ist kacke wir bleiben einfach mal in der nähe vom haus ein kompass haben wir noch nicht wir müssen nämlich noch ein bisschen redstone haben dann könnten wir hier sogar okay gucken wir mal wie weit wir hier runter kommen warum müssen so eine zweier schiene wieder hätte ja das wird viel axt kosten viel spitzhacke kosten das macht ja nicht so mal jemand licht ja die kann so ein brötchen wo was ist das wir haben eisen gefunden ja alter wie geil ist das denn wir haben direkt wieder ein eisen vorrat ja supi das ist doch schon mal ja 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 jetzt er wollte man weiß nicht okay so dann geht es hier weiter blüb 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 ja dann gucken wir mal ein paar eisenblöcke ja da kann man schon mal wieder was draus machen so rüstung haben wir aber da kann man noch ein paar werkzeuge herstellen Etc. Alter Schwede, ist das tief hier? Granit haben wir schon wieder, was keiner will. Okay, aber nur gut. Verdammt. Tief sind wir. Das würde ich jetzt mal behaupten. Natürlich machen wir hier Licht. Meine Herren, da wollen wir mal gucken, wie tief wir kommen. Wahrscheinlich bis nach China. Ah ne, da gehen wir nicht hin. Das wäre jetzt nicht so gut. Okay, zack, zack. So, dille. Meine Herren, also ich bin ja, weiß ich noch nicht, sollten wir jetzt mal hier mal ein bisschen durchbuddeln oder weiter tiefer gehen? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Longe, junge, wir sind schon echt tief. Gucken wir mal, ein bisschen können wir hier noch. So. Irgendwie höre ich hier Wasser. Ich meine, ich hätte Wasser. Wasser gehört. Das ist die Frage. Gehen wir weiter tief. Ah, Redstone. Wir haben Redstone. Das hieße, wir könnten uns schon mal definitiv, ja, wir könnten uns schon mal definitiv einen Kompass bauen. So, was haben wir denn hier? Kohle. Kohle ist immer gut. So. So, jetzt müssen wir mal nochmal schauen. Aber wir sind hier. Alter Schwede, wir sind so tief schon. Da kriege ich ja gerade Angst. Blipp, blip. So, guck mal. Redstone, da können wir, wie gesagt, den Kompass uns bauen, wenn wir zurück sind. Das ist schon mal keine schlechte Idee. Damit man mal ein bisschen den Weg wiederfindet. So. Jetzt machen wir jetzt hier eine Lampe hin. Und dann gucken wir mal nach heim. Nein. Hilfe. Okay, falsche Richtung. Dann gehen wir, glaube ich, mal in diese Richtung. Alter Scheiße. Scheiße. Ich wollte gar kein Wasser. Boah, das könnte ein uhrlanges Projekt werden. Wir müssen hier echt aufpassen, dass wir hier nicht irgendwo auf... Ich höre auf jeden Fall auch Lava. Lava. Und Redstone. Okay. Noch mehr Redstone. So, jetzt hoffen wir mal. Ich hoffe, es ist jetzt wirklich innenständig. Dass wir uns hier nicht irgendwie verlaufen. Das hört sich hier alles schwer nach Lava an. Wir müssen mal eben ein bisschen umbauen. Ich traue dem Braten nicht. Ja, das brauchen wir sowieso nicht. Aber wo Lava ist, könnten wir vielleicht auch noch... Ja. Vielleicht eventuell Diamanten finden. So, jetzt wird es kritisch. Oh, oh. Oh, oh. Gut. Da gibt es kein Reinkommen. Wir haben schon wieder Kohle gefunden. Ja, geil. Hier wimmelt es nur so von... von Lava. Also irgendwas ist hier neben uns. Wo ich mir noch nicht so sicher bin, ob das hier alles so gut ist. Aber egal. Wir versuchen das einfach mal. So schnell lassen wir uns ja nicht unterkriegen. Auf jeden Fall jede Menge Redstone. Was richtig gut ist. So. Wir dürfen nur nicht vergessen, wo wir hergekommen sind. Oh mein. Okay, das war die... Spitzhacke. Zack. Okay, so. Zack. Jetzt gucken wir doch mal weiter. Alter Schwede. Wir buddeln hier und buddeln. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen tiefer gehen. Ich weiß es nicht. Okay, da haben wir Lava. So. 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 Wir haben hier auf jeden Fall Lava-mäßig was gefunden. Okay. Aber das heißt ja nichts, ne? Dass wir jetzt hier unbedingt was drauf finden müssten. Weg hier. Nein, 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 nein. Das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Okay, jetzt ist aber auf jeden Fall die Lava schon mal tot. So, da ist... Alter, warum kommt da Wasser rein? Da kommt Wasser, da kommt Wasser. So, da haben wir... Och, geil. aber das ist es es, Das war glaube ich, das war mir, weil mich bei Super funktioniert, das war mir dann nehmt. Aber das war das ist, das war mir expectations.